Es ist nicht einfach. Das Leben ist nicht einfach. Viele sehen dich sogar nicht. Die sind so in ihrem Leben drin. Du merkst nicht, wie das Leben an dir vorbeizieht. Du merkst es nicht. Es ist nicht einfach, das Leben. Es ist nicht einfach. Hast du schon mal versucht, die Suppe zu kochen? Du lässt es zu lange an und dann ist die Suppe verkocht. Der Topfdrech ist kaputt. Super. Oder Milch verbrennt im Topf die Milch. Als hätte man nicht schon genug Probleme. Verbrennt einfach die Milch im Topf. Was soll ich dazu sagen? Scheiß Kocherweide, oder? Kommt zum Stream und werdet glücklich, ihr kleinen Kochnasen. Und bringt was zu essen mit, Herr Punga. Damn it! Damit کا Untertitelungueben